Und du kommst einen weiteren Video, da und da sind wir wieder auf diesen Einzelkanzler und hier, da ist da wohl Lucky Boxer oder vom TV-Tipp. Ich bin dabei! Ich bin einfach voll. Ich bin dabei, ich bin jetzt cool. Abonniere meinen Kanal. Da ist ja noch nicht mein Kanal. Na ja, dann sag mal welche. Hast du eigentlich schon da auf deinem Handy übrigens schon eine E-Mail-Adresse? Dann könntest du eigentlich mit deinem YouTube machen. Dann geh mal kurz dahin, Handy. Oh, ich bin dabei! Ich bin geilo! Auf jeden Fall gehen wir jetzt schnell in die andere Perspektive. Hoffentlich sag ich bin dabei! Ich bin dabei! In deinem Video. Ich bin dabei! Ey! Schreibt mir im Kommentar, wie kann man das Passwort machen? Ich will meinen Kanal haben. Sag mir, wie kann das Passwort sein? Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Nein, 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 ich nicht! Ich bin dabei. Ich bin dabei. Nein, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Und ich bin dabei. Es ist so. Lärm der Klinik ja auch von den Kuhlern die Klinik die Aktion dort dort hat man nicht kündigt an der Welt meiner Meinung nach ein ein die Klammer auch nicht immer noch mal die gleiche Taktik auf ich weiß, dass ich das mal aufs Maul bekommen hab da, I have a good time tschüss die kommt nicht hinterher ich fühle mich da, ich bin Die Wunschkampf. Aufgenommen im ersten Kampf. Den ersten Kampf hat auf jeden Fall der Flüchtlinge. Ja, was man da will. Das kann ich jetzt mal so beschreiben. Das, was da oben steht. Dann hast du... Ja. Habe ich was falsch geschrieben? Was steht da? Was ist da? Oh, ein Maus. Du... Drei... Drei... Fünf... Zwei... Halt dein Maul! Nein, das nicht. Ja, lass bitte den Jakob, denn würde ich ein bisschen... Hör auf! Ein... 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 stein und stein und stein noch keine ahnung das ist ja kein stein da ist ein stein du bist ein bluten stein der armer und bei da ist ein stein in der Maul Alba 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 Maul dann gehöre ich jetzt Regenschaden was da alles klar Alba eine kleine Runde Alba 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 sie wird es mit dem Spiegelgruppen Alba Alba Ok das Geld beginnt erst mit 50 Karten und ich bin schon runtergefallen Ach, überhaupt. Ist ein guter Back für mich. Denn dann kann ich hier direkt die Küsse erlitten. Wir sehen uns gleich. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum ich auf einer anderen Map bin. Der Server hat sich restartet. Oh, ist das euer Ernst? Ist das euer Scheißernst? Ja, cool, das ist ein Scheißernst. Oh, die Runde gibt's nur noch. Oh, oh. Ich hab schon dir Sachen gefunden. Und schon Gold. Was ist? Und schon Gold. Und schon Gold. Und die Lucky Blöcke sind übrigens die Schwemme. Schon fast für dir. Bitte Lucky Blöcke, gib mir Glück. Endlich mal, dass ich daraus etwas gedroppt bekomme. Endlich mal, also kein Scheiß. Ein Schwert. Der bringt mir aber nichts. Ich hab schon eine Diabst. Außer wenn es jetzt ein Einschwert wäre. Ich hab immer Angst vor Lucky Blöcke. Nein! Das ist doch ein Scheiß. Oh, der ist ein Lucky Blöcke. Feuerzeug! Das ist das erste Feuerzeug, weil ich hab... ... ... ... ... ... ... ... ... noch ein Löffelböcker auf dem ich bin und dann nennen zum Video ein Eisenschwert Eisenschwert ich weiß halt nicht, hab mir den Spielmodus auch an wobei Anlag liegt Frauen schießt mich ja schon da hat schon jemand eine Süchtigkeit und zwar mit anzuballern Oh, ein Buspanzer? ein Brüffkanzer, mein Brüffkanzer ich war auch zu sehen, ich bin grad noch weiter aufnehmen hör auf ich bin, ich nehm grad weiter auf, ist ja schon mal aufgefallen Irgendwann muss ich doch die Aufnahme weitermachen das ist dann scheiße das hat mir ein paar total überballert hat mich ja nur nicht verfehlt der 6,6 Weiler mitgeschossen 7 Blau wahrscheinlich und ich kann auf jeden Fall, wenn wenn's mir schlecht geht ich hab meine auf der ganzen Insel geöffnet und da dachte ich hier auf einer anderen Insel ja vielleicht ist dann ja vielleicht ist dann so dumm und und das hier irgendwo gibt's noch eine Insel da wo extra Lucky Blöcke für mich grad sind weil ich weiß grad nicht wo diese Insel hier drauf ist da drüben wir so und noch sogar eine extra ja das ist halt extra für mich da eine bessere Bloßplatte weil ich kann froh sein der sich für kurze Zeit aus aber ich halte mich immer fern von den Lucky Blöcken denn ich kann schon mal spoilern einer explodieren manche explodieren auch ich mach jetzt hinter mir ne Mauer ich nehm grad immer noch weiter auf das ist hier schon gewusst so so Atombunker erst mal erschwert und dann bitte explodieren bitte 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 nice jetzt hab ich endlich mal gute Drops ich bin zu dumm Philipp was das Passwort ist das gleiche Passwort was ich denn da weil wenn man iPhone hat ne dann muss man erst das Passwort schreiben und ich hab mir ich weiß nicht welcher was sag ich dir doch nicht wenn du aufnimmst ja warte mal kurz so so mit mit weiter auf und ab ist Tee 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 Wolle nicht ganz Tee 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 Ja! Hab ich jetzt grad extra mein Goldapfel dafür verschwindet? Ahaha! Jetzt kann ich einfach nur runter geflogen. Als Opfer. Wie ist Opfer? Au! Ich hab was abgebildet. Die Schleihäck. Die Schleihäck. Die Schleihäck. Das ist gering? Ja, hab ich doch gesehen. Ja, okay, aber dafür war's trotzdem jetzt die Schleihäckung. Ja, hey!